Hallo und einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem Wetter.net Spezial am heutigen Mittwochnachmittag. Ja, viele jubeln ja wahrscheinlich. Der Hochsommer kommt, viel Wärme, viel Hitze, eine große Trockenheit, endlich mal kein Regen mehr. Aber ich glaube auch viele vergessen, es gibt etliche Regionen, da gab es in den letzten Wochen fast überhaupt keinen Niederschlag. Dort ist es extrem zu trocken. Gut, der äußerste Süden gehört nicht dazu. Da gab es ja gestern und vorgestern viel Regen. Bis zu 130 Liter Regen pro Quadratmeter ist im süddeutschen Raum gefallen. Aber der Rest des Landes hat momentan eine sehr große Trockenheit. Und das zeigt hier die Karte vom Dürrem Monitor. Wir sehen hier die Trockenheit in den ersten 25 Zentimetern des Erdbodens und vor allen Dingen hier vom Saarland über Rheinland-Pfalz. Teile von Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen bis nach Sachsen und Brandenburg. Da gibt es oftmals rote Farbflächen. Und das heißt, hier herrscht schon wieder eine sehr extreme Dürre. Einzige Ausnahme ist natürlich der äußerste Süden. Da gab es ja den heftigen Regen. Aber auch die Regionen rund um Nord- und Ostsee, die sind in Sachen Trockenheit erst mal etwas entspannt. Ja, der Blick auf die Waldbrandgefahr zeigt aktuell, vor allen Dingen hier im Osten herrscht bereits die zweithöchste Waldbrandgefahr in Stufe 4. Aber auch sonst punktuell die Warnstufe 4. Entspannung dagegen im gesamten süddeutschen Raum und auch hier im hohen Norden, da ist teilweise keine Waldbrandgefahr gegeben. Zumindest aktuell nicht. Gehen wir jetzt mal weiter auf den Samstag und wir sehen dann auch im Norden Waldbrandgefahr in Stufe 3 und weit verbreitet die zweithöchste Warnstufe 4. Und sehr flächig auch hier im Osten teilweise die höchste Waldbrandgefahr in Stufe 5. Und auch der äußerste Süden hat dann wieder die Waldbrandgefahr in Stufe 2. Wir sehen also, die nächsten sehr trockenen Tage, die treiben die Waldbrandgefahr deutlich nach oben. Da heißt es also vorsichtig sein, draußen auf Wiesen oder in Wäldern bloß kein offenes Feuer entzünden. Das kann direkt zum nächsten Waldbrand führen. Ja, und schauen wir uns mal die Regenmengen an. Aufsummiert bis zum nächsten Mittwoch, dem 12. August. Und wir sehen, da fällt so gut wie nichts vom Himmel. Es bleibt wieder überwiegend trocken, besonders in den Regionen, wo es ohnehin schon sehr trocken ist. Da ist nicht viel Regen zu erwarten. Und das, was wir hier sehen, diese Flecken, das sind einzelne Schauer und Gewitter. Und die fallen vor allen Dingen am Samstagabend, am Sonntag und auch teilweise am Montag. Hier und da kann es eben mal gewittern mit Schauern. Aber viele Teile bleiben trocken und der flächendeckende Landregen, der bleibt eben auch bis nächsten Mittwoch erstmal aus. Und auch danach ist kein Landregen in Sicht. Das heißt, die Trockenheit wird sich verstärken und die Waldbrandgefahr steigt weiter an. Das ist natürlich ein großer Hitze- und Trockenheitsstress für unsere Wälder und natürlich auch für alle unsere Bäume in den Städten. Also in den nächsten Tagen kann gerne mal jeder in einem Wasser nehmen und mal den Baum vor der Haustür ein bisschen gießen. Denn er kann es sehr wahrscheinlich gut gebrauchen. Wir stehen nämlich vor einer längeren Hitzewelle. Ja, das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Mein Name ist Dominik Jung, ich bin Diplom-Meteorologe bei wetter.net. Und wenn euch unser Wetter-Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und denkt dran, bitte abonniert doch unseren Wetter-Kanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und einen schönen Mittwoch.